Ja, ihr Lieben, ich bin sehr froh, dass so viele heute gekommen sind, trotz dieser nicht so guten Wettervorhersage. Aber ich habe extra für euch bei Petrus gutes Wetter bestellt und es hat ja auch funktioniert. Jeder kann noch mal reden. Ja, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und Carola hat mir ja einen schönen Abend hier organisiert mit netter Livemusik und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders. Und ich wünsche euch dabei auch sehr viel Spaß. Vielleicht kriegen wir nachher noch ein bisschen Gitarre am Lagerfeuer. Also wir machen es uns richtig gemütlich. Ihr kennt das ja von den vergangenen U-Hat-Stagen, die ich hier so zählen kann. Also, viel Spaß, ihr Lieben. Jawohl. Und weil ihr gerade an dem Sozialrecht da seid, wollen wir doch gerade mal die Wittigchöre ins Leben rufen. Wir singen jetzt alle für das Geburtstagskind natürlich noch mal Happy Birthday. Ist doch ganz klar. Und alle. Ich möchte wirklich alle hören. Soll ich mal an? Hört mal? Hört mal. Das ist ein Rastifiko. Wunderbar, dann ziehst du ja direkt. Die große Handschuhe haben. Das ist auch keine Handschuhe. Das ist auch keine Handschuhe. Das soll ich nicht machen. Das ist eigentlich gerne. Aber gut. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Der steht gut. Der ist 2 Jahre alt. Der hat den Güld. Der ist gut. Der ist Zephyl. Der ist Zephyl. Der hat 20 Jahre alt. Aber das ist schön, wenn man 20 Jahre das gleich anziehen kann. Bei der Figur. Da kommt bestimmt auch Feedback, oder? Richtig weit weg, oder? Ja. Das ist sehr schön. Ja, das war richtig hoch. 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 Ja, gut, das war richtig hoch. Ja, 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 das war richtig hoch.